Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Streamer-Erkündigung. Morgen Abend geht es weiter mit Dark Messiah of Might and Magic. Da sind wir ja das letzte Mal stehen geblieben in diesem Tempel, wie man ihn auf dem Bildschirm erkennen kann. Und ja, einen Zyklopen haben wir auch noch ins Jenseits befördert. Und was noch so alles passiert, das sehen wir dann morgen Abend ab 20 Uhr auf Twitch. Macht's gut, bis dahin. Servus.